Wie läuft der Prozess von Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung ab? Nun, zunächst mal, also schrittweise ist meine Antwort, die man geben kann. Wie läuft der Prozess ab? Schrittweise, ja, schrittweise. Damit man hier die Kurve kriegt. Schrittweise, und was heißt das? Erster Schritt, zweiter Schritt, vielleicht gibt es noch einen dritten Schritt, mal gucken. Erster Schritt, finden der, ich kürze ab, Information in externen und internen Quellen. Zweiter Schritt, erfassen, ordnen, aufbereiten. Ja, erfassen, ordnen, aufbereiten der Informationen. Dritter Schritt, Auswertung. Erst wenn die Informationen vernünftig erfasst, auch vollständig sind, sie geordnet sind und aufbereitet sind, dann kann man zu einer Auswertung kommen und dann im vierten Schritt eine Entscheidung ableiten. Also Entscheidungsfindung, kann man sagen. Entscheidungsfindung im vierten Schritt. Herzlichen Dank. Der Schritt, vierten Schritt. Untertitelung des ZDF, 2020